Ja, Hallöchen! Die Tagesmotivation von heute ist Grundsatzdiskussionen. Ich bin mir sicher, Sie haben das auch schon geführt. Und wohin hat das geführt, die Grundsatzdiskussionen? Sie kennen es mit Sicherheit. Grundsatzdiskussionen führen immer nur zu Stress. Grundsatzdiskussionen führen immer nur zu Ärger. Und was bringt's? Das bringt doch absolut rein gar nichts. Es gibt nur weiteren Ärger. Und die Energie sinkt nach unten. Es gibt sogar oft Streit wegen Grundsatzdiskussionen. Und so kann ich es Ihnen einfach nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Hören Sie auf, Grundsatzdiskussionen zu führen. Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben so zu führen, wie er möchte. Jeder Mensch hat auch das Recht, so zu denken, wie er möchte. Und wenn Sie wirklich diese Größe haben und das akzeptieren können, dann geht das Ihnen viel, viel besser und den anderen Menschen auch. Und wenn ich anderer Meinung bin, dann ist das eben meine Meinung. Dann muss ich die ja nicht kundtun. Ich muss ja nicht versuchen, die anderen davon mit aller Gewalt zu überzeugen. Denn letztlich hat jeder Mensch Recht aus seiner Sicht. Und in dem Moment, wo ich das akzeptiere, geht es mir viel, viel, viel besser. Und das möchte ich Ihnen einfach sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Denn jeder hat eine andere Perspektive. Und jeder behauptet, das zu sehen, was er in dem Moment sehen kann. Hier gibt es ja das schöne Beispiel auch von dem Elefanten mit den vier Blinden. Der eine ist hinten am Schwanz, der eine am Rüssel, der eine am Zahn und der andere am Bein. Und jeder beschreibt, was er gerade fühlt. Und jeder wird halt was anderes fühlen oder teilweise auch was anderes sehen. Darum kommen Sie weg von den Grundsatzdiskussionen und Sie haben viel, viel mehr Frieden auf dieser Welt mit sich selber und auch mit all den anderen Menschen. Das hat auch etwas mit Toleranz zu tun. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gehen Sie so durch die Welt und Ihre Lebensqualität steigt und damit auch Ihr Lebensglück. In diesem Sinne viel Spaß und denken Sie daran, nie mehr Grundsatzdiskussionen zu führen.